Die erste Belagerung Kutsches fand vom 14. Mai bis 23. November 1450 statt, als etwa 100.000 osmanische Soldaten die Stadt Kruja, von der aus Skandabük seit 1443 den albanischen Widerstand gegen die osmanische Oberherrschaft organisierte Angriffen. Die Truppen der Liga von Lesa, geleitet von Skandabük, waren wegen der zwei verlorenen Schlachten bei Svetikat und Berat in den Jahren 1448 bis 1450 demoralisiert. Die Unterstützung des Klerus der behauptete, Visionen von Engeln und einem Sieg gehabt zu haben, gaben den albanischen Kriegern die Motivation, um die Hauptstadt der Liga von Lesa mit allen Mitteln und bis zum letzten Mann zu verteidigen. Nachdem Skandabük eine Garnison von etwa 4000 Mann unter seinem loyalen Leutnant V. Rana Conti zurückgelassen hatte, griff er die osmanischen Lager rund um Kruja aus den Bergen an und attackierte die Versorgungskarawane der Armee Sultan Muradz II. Im September hatte die osmanische Armee ihre Ordnung verloren, der Mut der Soldaten sank und Krankheiten verbreiteten sich in ihren Lagern. Die osmanische Armee erkannte, dass Kruja nicht mehr durch ihre Stärke fallen würde, hob die Belagerung auf und machte sich wieder auf den Weg nach Edirne. Dort starb Muradz II. Sein Sohn Mehmed II. Übernahm an seiner Stelle die Macht. 1443 Als ein ungarisches Heer in den osmanischen Machtbereich vorrückte, setzte sich Skandabük mit seinen Truppen von den Osmanen ab und bemächtigte sich der Festung Kruja. Von hier aus organisierte er den Widerstand gegen die Osmanen. Kampagnen von 1448 und Anfang 1450, nach einigen Misslungen in Angriffen von osmanischen Herführern auf Albanien belagerte Muradz II. Ab dem 14. Mai 1448 mit etwa 80.000 Mann die Festung von Svetigrad. Svetigrad war ein wichtiger strategischer Ort, da es die Routen von Mazedonien nach Albanien kontrollierte. Die kleine Garnison aus albanischen, bulgarischen und weiteren europäischen Truppen hielt die Festung, während Skandabük das osmanische Lager von außen attackierte. Nachdem die Osmanen die Brunnen vergiftet hatten, entschied sich eine Gruppe der Verteidiger, die Tore der Stadt zu öffnen und die Osmanen einzulassen, wodurch diese die Kontrolle über die Festung erlangten. Der Sultan zog sich vorerst aus Albanien zurück und Skandabük belagerte die Festung ab dem 23. September 1448. Nach mehreren gescheiterten Angriffen zog Skandabük sich zurück. Anfang 1450 hatte der Pasha von Girokastra durch einen Angriff bei Nacht die Festung von Berat eingenommen. Vorgeschichte Die Kriegsgegner Skandabük, Murat II. Die Kampfmoral der Albaner sank wegen der Verluste der beiden vorangegangenen Jahre. Als die Osmanen ihren Marsch am 5. April 1450 begannen, meinten die Menschen Engel gesehen zu haben, die über Albanien flogen. Skandabük selbst will eine Vision gehabt haben, in der ihm der heilige Georg ein flammendes Schwert überreicht habe, um die Feinde der wahren Religion zu vernichten. Diese Rede zusammen mit vielen anderen Visionen der Kleriker belebte die Kampfmoral der albanischen Kämpfer. Bevor die Belagerung begann, verließ Skandabük mit 8.000 Mann Kruja und fand im Berg-Turmene star eine geeignete Position, um die Osmanen von dort aus anzugreifen. In Kruja verblieben 4.000 Mann unter der Führung von Faurana Conti. Faurana hatte unter seinem Kommando auch einige Deutsche, Franzosen und Italiener. Kruja hatte genug Vorräte für eine 16 Monate dauernde Belagerung. Die Frauen und Kinder wurden in die venezianische Städten Albaniens gebracht, während die Männer angewiesen wurden, die Ernte zu verbrennen und in die Berge und Burgen zu ziehen. Murat traf am 14. Mai mit 100.000 seiner besten Männer ein. Murat schlug Faurana Conti vor, die Festung zu übergeben, aber Faurana weigerte sich. Trotz der hohen Feuerkraft der osmanischen Kanonen waren sie in einer ungünstigen Position, da die Festung Kruja fast ein Teil des Berges war, auf dem es gebaut worden war. Die Kanonen konnten zwei bis dreimal am Tag schießen, aber waren nicht zielsicher. Zwei große und vier kleinere Kanonen waren auf der Südseite und der Rest wurde auf das Haupttor konzentriert. Belagerung Murat ließ seine Kanonen vier Tage lang feuern, bis eine Bresche in der Mauer entstanden war. Der Sultan sah sich im Vorteil und befahl seinen Truppen den Sturm durch die Mauerlücke. Die Garnison konnte den Angriff jedoch abwehren und anschließend die Mauer wieder reparieren. Murat fürchtete einen Gegenangriff Skandabüks und schickte Speer in die umliegenden Berge, um einen Angriff auszukundschaften. Skandabüks führte bei Dämmerung einen Angriff auf das osmanische Feldlager, bei dem mehrere hundert Menschen starben. Er erbeutete osmanische Vorräte, verlor aber fast sein Leben. Als Skandabüks zu seinen Männern zurückkehrte, war sein Schild so zerschlagen, dass man es nicht erkennen konnte. Der Angriff kostete Skandabüks zehn Tote und mehrere Verwundete. Die Verteidiger hatten noch keine großen Schwierigkeiten. Die Hauptlast des Angriffes kam von der Südseite, wo die osmanischen Verluste sehr hoch waren. Als der zweite Sturm begann, versuchten die Osmanen mit ihren Lanzen durch das Tor zu kommen. Nach schweren Verlusten musste sich die osmanische Armee zurückziehen, und Sultan Murat hielt für die nächsten zwei Tage eine Beratung mit seinen Generälen. Eine sofortige Maßnahme war es, das Lager vor einem weiteren Überraschungsangriff zu schützen. Um dies zu erreichen, bestellte man eine Armee angeführt von Prinz Mehmeda an die Stelle, wo der erste Angriff stattgefunden hatte. Moissi Arianid Golemi täuschte einen Angriff mit 500 Reitern vor. Es wurde Alarm gegeben und die Osmanen bereiteten sich auf diese Attacke vor. Währenddessen zogen Skandabüks und seine Truppen um das Lager und griffen dort an, wo der Feind es nicht erwartet hatte. Bevor ein Gegenangriff organisiert werden konnte, zog er sich aus dem Lager zurück. Während Skandabüks Abwesenheit wurde ein großer osmanischer Angriff auf der Südseite von Kruja durchgeführt, aber versehentlicher Eigenbeschuss zwang sie, den Angriff zu stoppen. Die Osmanen versuchten, die Burg zu stürmen, blieben jedoch erfolglos. Ihre Angriffe erzielten keine Fortschritte, ihre Armee hatte schon sehr viele tödliche Verluste erlitten. Skandabüks dagegen verlor bis dahin etwa 1.000 Mann, Moissi Golemi und Tanostopia mit einigen 1.000 Mann und Skandabüks waren jetzt in drei Gruppen geteilt, was den Angriff auf das türkische Lager vereinfachte. Skandabüks begann sich zum Lager zu bewegen, als die Osmanen 8.000 Mann mobilisierten und diese in Richtung Skandabüks zu ziehen. Skandabüks zog sich langsam zurück. Anschließend brachen Moissi und Tanost in das Lager ein. Die osmanischen Truppen wurden ins Hügel vor Land gelockt. Am nächsten Tag wurde die Truppe eingekesselt und komplett vernichtet. Am nächsten Tag wurde Skandabüks über dem Felsen von Kruja in einer Besprechung mit Faurana Conti gesehen. Als Faurana zur Festung zurückgekehrt war, schickte der Sultan einen Pasha, um mit Faurana zu reden und ihm reiche Geschenke zu machen. Der Pasha wollte Faurana überzeugen, dass Murat ein besser Herrscher als Skandabüks sei und dass die Belagerung schon fast vorbei sei. Aber Faurana weigerte sich zu kapitulieren. In Folge dessen begann ein neuer Angriff auf die Festung. Murat schickte einen Boten zu Skandabüks oder versprach ihm 10.000 Kronen jährlich. Skandabüks lehnte das Angebot ab. Der Angriff ging weiter und die albanische Position schien hoffnungslos. Am 14. Oktober bot Skandabüks den Venezianern Kruja an. Trotz seiner Drohung, die Stadt den Türken zu übergeben, lehnten die Venezianer dieses Angebot ab, da sie kein Interesse hatten, durch Unterstützung der Albaner ihre guten Handelsbeziehungen zum Osmanischen Reichs aufs Spiel zu setzen. Am 26. Oktober hoben die Türken die Belagerung auf. Nachwirkungen Die Belagerung kostete 20.000 Osmanen und mehr als 1.000 Albanern das Leben. Marien Baleti vermutet, dass Murat an einer Krankheit bei der Festung von Kruja starb. Murat starb aber in Erdirne im Jahr 1451. Murat zog sich nach und nach aus albanischem Territorium zurück aus Sorge, dass der albanische Winter noch mehr Menschenleben kosten werde. Beim Rückzug fielen noch tausende feindlicher Soldaten bei Angriffen albanischer Milizen. Skandabüks Ressourcen waren am Ende. Er bat die Republik Ragusa um Hilfe. Die Ragusa informierten Papst Nikolaus V. und dieser willigte ein, Skandabüks finanziell zu unterstützen. Skandabüks Erfolg brachte ihm viel Prestige in ganz Europa ein, Gesandtschaften aus Rom, Neapel, Ungarn und Burgund wurden zu ihm geschickt. Skandabüks wurde am 26. März 1451 mit dem Abkommen von Gaeta ein Basal von Alfonso V. von Aragon. Mit Hilfe dieses Vertrages bekam er viele Soldaten und andere Unterstützung aus Aragon. 1466 und 1467 versuchten osmanische Truppen wiederum erfolglos die Stadt zu erobern. Erst 1478, zehn Jahre nach Skandabüks Tod, fiel die Stadt schließlich und wurde Teil des Osmanischen Reichs. Legenden Legenden zufolge ließ Skandabüks während einer Nacht eine Herde Ziegen, auf deren Hörnern er Kerzen befestigt hatte, den Berg hinuntertreiben. Die Osmanen dachten, dies sei ein albanischer Angriff und zogen gegen die Herde ins Feld. Als sie weit genug aus dem Lager waren, griff Skandabüks sie an und vernichtete sie. Nach der Belagerung ließ Skandabüks auf seinen Helm einen Ziegenkopf aus Eisen anbringen zur Erinnerung an seine geniale Taktik in dieser Nacht. Eine andere Legende nach ging Skandabüks mit diesem Helm durchs Gebirge und die Feinde hielten ihn für eine Ziege, da sie es nicht für möglich hielten, dass Menschen durch dieses Terrain marschieren konnten. So fiel er den Türken in den Rücken, siehe auch.